das air attack von tropic raketen set für kleine raketen und große raketen gesamt nrm von 143 gramm 2 raketen jetzt sind einfach zwei große und dann zwei kleine 19 gramm die große die kleine kleine hat 12 gramm ich sag mal zwei große und dann zwei kleine große nummer eins jetzt eine kleine machen wir mal eine große und eine kleine zusammen ja 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 ja